Ah gut, Mr. Eintracht hier. Viele wichtige Informationen zu Beginn. Ich bin im Urlaub während das Spiel läuft. Also ich bin nicht live, nicht im Stadion sowieso nicht, aber ich spiele immer. Und ich bin im Urlaub. Folgt mir gerne auf Social Media. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bei meinem Privaten natürlich. Ich hätte durchgehalten können. Shit. Bei meinem Privaten ist fast überall Müller-Dennis. Schön abgeräumt. Also Instagram ist Müller-Dennis. Twitter ist Müller-Dennis-Man. Also M-A-N dahinter. Und natürlich U-E, sehr klar. Et cetera, also. Komm, komm. Oh, was hast du denn noch? Komm, 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 komm drauf. Ah, wieso läuft's gierig so scheiße mit? Geht das auch so von mir? Äh, ja, ich bin nämlich in der Stadt der Liebe. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Ja, ja. So schön, das wird so geil, hoff ich. Oh, Chibi. Ah, du hast noch einen. Ja, warte. Wieso machst du so einen weiten Schritt, Alter? Ja. Und die rahmen sich gegenseitig weg? Ja, schon. Schön geholt. Das ist im Absatz gewesen. Das war so knapp. Schade. Also, oh mein Scheiß, das ist das erste Mal. Nach Jahren, dass ich wieder ein Spiel verpasse. Abgesehen von der Pandemie. Also, Heimspiel. Gott sei Dank. Alter. Das wäre so plötzlich einfach gewesen. Boah, das ist mittlerweile relativ abgestellten. Ah, ich hab mir erst gedacht, er rennt da durch. Und dann... geht er da. Jawohl, schön gespielt. Schön gemacht. Knauf, gutes Tor. Guter Laufweg. Vor Jahren wieder. Meine Dauerkarte bekommt natürlich meine beste Freundin. Die mit jemand... Also, die noch jemand zusätzlich mitnehmen kann. Ach, wie kommt der denn vorbei? Ja, klar. Ich muss nicht verraschen. Der ist... Ah, komm. Lass mich den doch da unten holen. Der ist viel näher dran. Schön. Haben wir. Schön. Superball. Schön. Gesehen. Der hält mich. Hat der mich die ganze Zeit gehalten, Alter. Ja. Jawohl. Boah, das ist ehrlich. Aber das ging doch direkt. Aber man bekommt es noch nicht in den Zweikampf. Der... Der sprintet manchmal, ey. Das frag mich warum. Wo ich dann so... Man weiß es doch mittlerweile... Kann man drückt halten, oder? Ja. Ja. Bringt doch nichts. Haben wir... Das hab ich dem Ansatz schon gemerkt. Nein! Haben wir, haben wir, komm. Schön gesehen, komm. Das weiß ich nicht, wer sich spielt. Spiel doch oben in der Mitte. 1-2-0 drüber. Da ist heute eigentlich noch hin. Was ist ein Cut für ein Cut-Spiel gewesen? Wir müssen gleich mal wechseln. Oh. Trab gehen. Gut. Schön gemacht, komm. Wir können jetzt nicht... Schuss! Ach, komm. Oh, mal wäre das geil gewesen. War ruhig, spielt mir nicht. Wir müssen jetzt mal die ersten Sechse vollziehen. EGGT für... ... ...quitte... ...ah, das ist klar. Geht das zum Paddel? Geht das zum Paddel? Hahaha. Wie geil, Alter. Ich war... ...gatt auf die Linie gehalten. Bringt nur nix, wenn wir jetzt doch das Tor rasieren. Alter. Tja. Alter. Tut er, du geile Sau, Alter. Hahaha. Er war nicht drin. Er war nicht drin. Oh, komm. Nein! Ach, was ist der denn? Ist das rot oder ist das gelb? Ach, was ist der denn? Ist das rot oder ist das gelb? Ja. Nein. Also wollte ich nicht. Ich wollte ihn... Okay. Lele. Schön. Gehen. Mann, ey. Da hat keiner hingegangen. Da geht einer, der zehn Meter weiter weg ist. Hin, anstatt der, der direkt da steht. Hallo. Ja. Das wär's gewesen. Sorry, Chandler. Aber ne. Schön. Ja, was haben die denn für'n Lack wieder? Ja. Noch einer. Ja. Warum denn da hin? Natürlich, jetzt gibt's ja keiner noch, ne? Ja. Und da. Jawohl, Travesta. Ja! Alter Falter. Nehme ich hin. Also ein 1-1 Start. Noch in unserer Zahl. Trotzdem. Chance gehabt, aber zu wenig. Weil die Konkurrenz von unten kommt leider, ne? Ja. Fünf Punkte Vorsprung. Jetzt vielleicht mehr, weniger. Wer weiß. Aber ich sag mal von Arrivederci. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.